nur heute 50 Cent hier und nur heute 50 Cent das hat der Türke gemacht ja in Berlin oder Köln auf 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 dem Trödelmarkt am Sonntag da geht's ab Alter da schreien sie rum Harry jeden Sonntag einfach nur heute 50 Cent nur heute jeden Sonntag einfach nur heute oh ja ich hab die Donnerkanone ah nice wo man das Insta-Köln und ein Affe gerade wie ich hier gerade rum ja ich raus du hast ihn hingeschmissen weil ich rausfinden musste was meine Spezialtaste ist weil wir es einfach nicht weiß ja weißt du ich tausche Akimbo CZ gegen einzelne CZ es ist so doll tja oh ab RPK ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich hast du auch eine RPK? ja man ich hab jetzt eine Aug, eine Galil und eine RPK ich muss jetzt meine Arbe loswerden oh ich hab eine Galil dafür geil aber Arbe warum machst du deine Arbe weg? weil Arbe kacke ist Waaahhhhhh ich hab's gesagt ich habe es gesagt man müsste dich vergasen und schennen Alter das lasst dich vorab mit 138 Kills ich hab ne Arbe ich hab ne Arbe ich freu mich ich hab ne Arbe oh ich hab 99 ja ich hab 98 ich bin das schlechteste äh könnt ihr mal bitte warten beziehungsweise mich geschützten beziehungsweise noch nen Affenraub wer auswerfen warum 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 weshalb äh ja muss ich ich muss grad eh n Affen trafik helligkeit oh ja oh ja oh jetzt sehe ich gar nichts mehr meine Waffe ist golden oh wie geil was mein Scope ist schneeweiß oh nein was hast du gemacht naja ich hab gewartet wo bist du warte ich komme ja ich lieg ähm äh soll ich komm oder schafft ihr es nein 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 wir schaffen es schon ich safe euch ich safe euch nein jemand anders soll es machen genau das meine ich weil oben auf weißt du jetzt kommen die jetzt kommen nämlich alle alle von oben es ist so behindert die brightness ist aber wirklich voll für ein Sack boah wenn der Karbun kommt ne dann ist ja alles schneeweiß ja ne was hast du denn gemacht denn der Helligkeit aufs höchste oder was ähm nein aufs mittel ich hab's glaub ich standardmäßig auch aufs mittel du halt warte ich mach's nicht Spaß action jetzt hab ich sie aufs höchste und ja weißt was ich hoffe ich hoffe ja dass Action die jetzt die Aufnahme nicht wieder verkackt das wär jetzt lustig aber ich hab gelernt also mit mp4 spackts echt rum man muss echt mit Avi aufnehmen das ist kacke ja klar Avi ist aber auch äh besser ja warum ne Avi ist aber dafür größer das kostet mich ein bisschen an ja aber es ist ein reineres Datenformat qualitativ und 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 alles einfach besser ich hab ne manchen wo wo hä wo liegt ne Affe irgendwo ich hab ne arme Brust gegen meine AWP getauscht was oh ich bin tot oh mein Gott alter ey mein Ping geht aber Zwillings CZ der Ping von Chris ist schlimmer ja ich darf aber auch Evolve ja gut stimmt das ich darf das ja ja wie bitte bei Counter Strike kann ich nicht mehr mehr reden wegen den 64 Tick echt bei Battlefield ein bisschen noch wegen den 32 Tick und ich glaub C 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 Ich docke mich sogar für dich. Das wollte ich nicht. Warte, ich werfe mal einen ab. Boah. Vorsicht hinter dir. Also ich versuche hinten die zwei Feta zu decken, nur so. Lade mal nach, ne? Ich lade übrigens noch mehr nach. Also ich kann dich nicht beschützen, als du bist, ne? Also falls du dauernd bist, dann ist es deine Schuld. Du bist mit meiner Armbrust rein, also wenn du vor bist, ist es nicht meine Schuld, ne? Ja, kann mich ja nicht, äh, verletzen deine Armbrust. Ne, doch. Mit dem, von, 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 von deiner eigenen. Ja, nur die eigenen. So wie es gleich fort sagte. Was, meine eigenen? Fallen die mir jetzt drunter, oder was? Fallen die jetzt drunter, oder? Ist es jetzt etwa einer Drone? So nice einfach nur. Also Slashy haut manchmal echt die beklopptesten Sachen raus und dafür liebe ich ihn. Chris, block mich doch nicht, man. Du blockst meine Schüsse. Oh, Chris, man. Alles deine Schuld. Oh, die APK lädt so lange nach, das ist doch kacke. Ich hab Chris mit nen Pfeil abgeschafft. Hier hört man auf und für dich, ne Chris? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich leb noch, alles okay. Du hast ne Neuk, hol dir die. Chris hol sie dir. Komm, hol dir die. Nice. Feine Hand. Nein Spaß, war nur Witz. Ihr müsst doch schon die Barrieren, äh, ahahaha. Heil, he, heil machen. Heil halten, mein ich. Wow. Ich hab hier hinten mit vier Barrieren zu kämpfen. Was ist denn mit vier? Ich hab mit meiner schwitzigen Hand und meiner schwitzigen Maus zu kämpfen. Ich aber auch, ey, ich schwitz wieder wie so ein Bär, das ist voll schlimm. Also ich weiß nicht, ich schwitze nicht, aber meine Hände schwitzen immer so ganz hoch. Ja, meine halt auch. Deswegen hab ich auch immer mit meinem Lappen bei mir, wenn ich so oder so spiele. Also nix gegen Lappen. Ja, genau. Nix gegen Schauspiel. Da fang noch n' Affen raus. Ich hab jetzt alle Affen hier verwartet. Warum? Warum kriegst du sowas? Oh fuck, jetzt ist die Runde zu Ende. Mann, oh. Und die Affen liegen da einfach mit nichts. Äh, so, so nix. Oh, Alter, ich will da ran. Gib ihn dir. Gib ihn dir. Gib ihn dir. Hol ihn dir. Oh fuck, Ranner. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist ja noch meine. Alter, wenn ich die jetzt mit F aufgehoben hab, rass ich aus. Boah, so ein Dreck-Kack-Waffen. Oh, ist das... Was, was, was? In WAW ist hier so ein... Ist hier das Radio, ne? Ja, genau. In WAW ist das Radio. Das kannst du anschlitzern, dann macht das Musik übrigens. Ne, das macht... Das macht's hier auch. Echt? Ja, hab grad gemerkt, dass es hier jetzt gerade aufmacht. Oh, Hilfe Zombies, bitte, Chris. Halt. Chris Schreiner, Hilfe. Muss nachladen. Oh, Chris, Mensch. Chris. Oh. Kannst du eigentlich gar... Oh mein, Chris. Oh, kriegt, kriegt die ihn, kriegt die ihn. Nein, man muss das alles bitte machen. Bitte lass es jemand anders machen. Ich schaff es nicht gerade, um ehrlich zu sein. Nein, er ist schon wieder da. Also. Ach, er lebt schon, okay. Ja. Also, ne? Oh, Galil taugt schon jetzt nichts mehr, Alter. Ist das behindert. Weiß jemand, wie der Rekord auf der MRP ist? Hm, keine Ahnung. Ich würde... Ja, hier. Ich glaub, Wegtickrunde 120 oder so. Ist scheinbar voll hart. Ich lade nach, Chris, mit der LK. Ja, der rennt hier aber so ab Runde 50 hier nur noch mit Flammenwerfer rum. Weil anders kann's nicht mehr killen. Oder Thundergun. Ja, oder Thundergun. Ja, stimmt. Ja, ne, gut. Okay, der WAW-Rekord war irgendwie 120 oder so hier. Aber in Black Ops 1, keine Ahnung. Eigentlich habt ihr die Treppe nicht aufgemacht, Alter. Die andere. Das wär richtig schlimm, weil wenn sie von da kommen, er ist behindert. Chris, ich lade nach, helfe. Ooooooh, ooooh, ooooh, ooooh. Noll! Alter, ist Insta, komm, ihr kriegt ihn, oder? Ist Insta. Ah, wir haben so Chris eingekesselt. Ja. Brauchen wir neue Waffen. Ich hätte mal wirklich echt Bock auf Moon. Komm, eine Runde mal Moon. Wir kennen zwar die Mappen nicht, aber guck mal. Ja, also einmal spielen wär schon nicht schlecht eigentlich. Weil in Kinder der Toten damals... Ey, Chris, es kann aber sein, dass wir sozusagen erstmal zu zweit anfangen müssen, die Maps ein bisschen zu spielen. Endlich mal die ganzen DLC-Dinger. Okay. Einfach weil, ich krieg ja die ganzen Leute nicht ran, das Ổ voll schlimm. Also DAXon hat jetzt schon Black, 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 Black Ops 1, aber er hat halt noch keine DLCs jetzt. Ja und ich sammel immer noch Spenden. Und und, und, und Slushy sammelt immer noch Spenden für seine DLCs. Genau, genau. ich sagte für arme Tiere im Tierheim was? ja natürlich ja natürlich schaff ich? schaff ich? schaff ich? was ist passiert Leute was ist passiert? ich hab Slushy den Arsch gerettet hellenhaft hab ich mich geopfert hellenhaft geopfert das war kein Kogu ich bin stolz auf mich ja ich opfere mich auch immer hellenhaft für Slushy alles da kam einfach so ne Hode von Zombies auf und zu ich sag so Chris helf mir er guckt sich um und plötzlich gehen alle zu ihm Max Ammo war ja ne? also ne war nicht LOL ich weiß wie ihr schnell einen Affen werfen könnt wie? wie denn? erst ne Granate werfen dann wirfst du den sofort hä wie? Granate und dann Affetaste ne Granate und dann Affen raus lol ok mach mal bitte ich bin da kann ich nicht ich hab keinen Affen aber ne cool jetzt kann ich mir ich geh jetzt mal kisten Achtung weg 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 oh jetzt geht er ran ja ich hab gesagt du ich hab gesagt dass ich reinge du Penner komm geh ran weg 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 nein komm hinter uns vorsicht oh jetzt war ich nicht dran ja ernsthaft alter oh man Hardy Mensch fuck you vorsicht energy wow oh energy kite weißt du der kann's der kann's der kann's der kann's bin tot Hardy du kannst ruhig an der Kiste also ich äh zufrieden lol es ist fein auch Tadithi die Tadithi die Tadithi teilweise nur um das war's Boah Alter danke energy oh mein Gott schön bitte schön dann war das wirklich nur ein Leck oder ein Bug was das mir gerade passiert ist mit den Affen ach so weil ich hab die Granate geworfen und der Affe wurde einfach so rausgeschleudert wie die Granate man weiß es nicht Slashy geben wir wieder hoch in Camper ok ah zusammen ja nur wir beide ich hab übrigens ne Gaygun also werde ich hier die äh Stellung ne Gaygun hat er ne Gaygun haben wir ich hab hier nur ne äh nur ne CZ ich werde mit meiner Gaygun die Stellung halten es ist so abgrundtief schlecht einfach nur alter Slashy das ist schön immer wieder schön mit dir zu zocken alter danke weißt du wie der energy mich an und rettet ist so hart so hart try so hart wie ich hier die Stellung halte oh fuck alter die Feuerrate von diesem scheiß lol ich hab meine Affen nicht ja sag doch von der HK ist richtig behindert Hardy? ja was ja du liegst ich weiß aber ich schaff's glaub ich nicht so schnell ich geb mir Mühe warte da habt ihr so einen kleinen Schlongwirbel rausgehauen Dankeschön Christo muss wieder deine äh Position einnehmen er muss nur ne andere Waffe holen ja warte ich halte hier die Stellung für dich ja halt die Stellung mal ich halt sie seitlich dazu für die Smacks Ammo oh nein gleich ist meine Mumpel leer ja meine ist fast leer 4 Schuss 4 Schuss ich muss nachladen Baby da ist Maximum Ammo ich hols danke ich hab dir gerade deinen Knackarsch gerettet Vorsicht Granaten sind meine ich hab dir deinen Munitionsarsch gerettet oh lol wir sind ja schon Runde 15 ja ne ja Runde 6 du musst jetzt schnell an die Kiste ich auch ich will ran dann warte 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 wo ich werde angestuft scheiße also wenn ich angestuft werden würde dann würde ich raus tappen automatisch weil das in keine Ahnung bei mir so eingestellt ist oha Python soll ich nehmen ich will irgendwas ne nehm die nicht ich nehm ich oder ich weiß nicht ach so lang zum nachladen ja spiel ich kenn den trick Oh, Palästikknife, jetzt wird gerollt. Nein, Spaß, du musst einfach gedrückt halten, bei Black Ops 1 kommst du eigentlich meistens immer an die Kiste dran. Also du musst hier offen gedrückt halten. Aua. Müsst du auch mal kurz dran, geht das? Ja. Yo, treff ich halt nicht. Hä? Achso, das ist, oh, ich denk gerade die ganze Zeit, Hä, warum machst du mein Palästikknife, Instagram? Nooo, ich bin down, weil es laggt. Hä? Ja, das ist deine eigene Schuld. Ja, v-sync, ich kann mein v-sync während dem Zocken nicht ausschalten. Achso, das ist richtig kacke. Hallo, wie läuft mich jemand? Ja, ich schaff's keiner von euch, oder was? Achso, äh... Oh, keine Farmers. Oh, echt jetzt? Oh, Hammer. Ich glaub, ich glaub, Farmers ist echt nice. Warte, ich komme. Ah, jetzt ist er schon da. Also im Multiplayer ist sie auf jeden Fall... Aaaaah! Aaaaah! Hammer! Also im Multiplayer ist sie so... Aaaaah! Das war schön. Das war sehr geil. Wow. Ich werd hier hart bemalt. Ey, wird hart bemalt, auf jeden Fall. Du wirst hart bemalt, man, auf jeden Fall. Nein! Ey, wie sie nicht sterben! Oh, warte. Warte, 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 warte. Hä, wo liegt ihr denn? Alter, da oben irgendwo! Sag halt! Alter, Slashy, lass deinen Orgasmus bitte sein, ist okay. Nein, 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 ich hab hier nur gerade extrem gekitet. Und das war einfach so Swaggerhauer-mäßig. Und da dachte ich mir so, ho, mach's ja mal. So, ho, ho, so fünfmal. Tausendmal. Da sagst du mal, da machst du mal Aufmerksamkeit auf dich. Ja, ja, ist aber echt so. Aber denkst du, dass du so cool wärst. Wie cool du hier kitest, ne? Du wolltest ja Weihnachten, ne? Boah, ich will nicht hier oben. Hier oben kiten ist kacke, ich sag's doch! Oh! Hilfe! Hilfe, Mama! Hilfe, Mama! Ja, Digga, das schaffst du nicht, oder? Oder hast du einen Affen? Nee, 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 easy. Komm, siehst du? Er wird trotzdem noch gehauen. Ah! Ist das lustig. Dann fiss ich nur so, hier kommst du nicht vorbei. Ich will hier runter, Mann. Nee, Slash, komm, wir bleiben jetzt beide hier oben. Okay. Und Chris auch, okay. Nee, warte, wir können den Penner da unten nicht allein lassen. Ich kann den Penner da unten nicht allein lassen. Ich kann den Penner da unten nicht allein lassen, das geht so nicht. Ah! Mann! Hilfe! Penner werden doch öfters alleine gelassen. Ja, ey, hier unten ist echt krass, ne? Das sind assi viele. Da ist ne Nuke, holt die mal und rette mich. Oh, dankeschön. Bitte schön. Schöner, der Leberwürstel. Für den Penner tu ich doch alles. Insta-Kill. Oh, nice. Und der Penner tut für uns alles, siehste. Kannst mal sehen. Er revanchiert sich sogar. Das Wort war ganz falsch ausgesprochen, aber egal. Ein Penner, der sich revanchiert. Ja. Ich hab die Python. Ich hab die Python. Ich hab die Python übrigens. Ich hab auch die Python, das ist voll kacke, Mann. Nee, ich hab's ja. Ich hab's ja verloren, weil ich ja gestorben bin. Hahaha. Deine Seele fressen! Noob. Alter. Slushy ist einfach nur provokant, aber das find ich so schön an ihm. Ah, ist das. Was ist denn provokant? Ja, du bist provokant. Aber richtig eigentlich. Was ist denn provokant? Auf jeden Fall. Was ist denn provokant? Du bist generell immer voll provokant drauf. Was hast du denn das, Mann? Dass du immer andere Leute aufziehst und sie halt provozierst. Du stachelst zum Streiten auf. Genau, du stachelst sie immer an so. Mit deinem 5mm Lack am Stachel, weißt? Äh, warte. Äh, warte. Äh, warte. Du bist nur 3mm, übertreib nicht ab. Lol. Ja, ich wollt ihm doch auch mal was gönnen, äh, Digga, ne? Gönn ihm doch mal was. Gönn ihm doch mal was. Digga. Hahahaha. 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 Das... Trau dir das nicht zu sagen. Oh, nimm, nimm, Galil. Wuhh, wuhw, wuhw, wuhu, wuhw, wuhw, wuhw. Wuhw, 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 ne? Lass, lass liegen. Galil ist kacke. Besser als Farmers. Echt? Weiß ich nicht. Ich schör... Ja, du schörst, alter, ich schär dich auch gleich. Wör, Digga. Ich schär dich auch gleich, alter. Meine Götz, ich schwör.. Kann ich meine Kiste jetzt ran, bitte? Oh, Chris Was, oh Chris, ich dich? Ja, klar Chris macht mad Ja, Chris sagt halt einfach nichts wieder, weißt du Ja, was denn? Oh, was Scheiß, HK will ich nicht C ist gleich 3 Was? Ja, gut, stimmt Ist der dritte Buchstaben Alphabet, hast du recht Was? Hallo mit Doppeli, wenn ich bitten darf, du Tönniff Ich bin tot Aber wie? Hä, ich dachte ich wäre so cool und würde nicht tot gehen Loll Renn, 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 schaffst du, renn, renn, renn Ja, hol mich einfach nicht, als ob, nö Als ob, nö, als ob, nö Als ob Boah, Alter, schieß mit der Raygun, schieß, 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 du Gaygun, Mann Nö Nö Oder Affen, geht auch Nö Alter, steck mir nicht dein Was? Hör auf Mein, mein angeblichen Wisst ihr was? Ich steck mir YOLO Soll ich denn meine Flyers echt gleich schon aufmachen? Alter, du Hörsohn Ja, ne Du bist echt eine Mann Wow, jetzt kommt sie aber von überall Ja, läuft Ach du Scheiße Alter, jetzt überrennt sie uns komplett Alter, rettst du mich? Er rettst mich, ich fass es nicht Oh, guck mal, zwei Bären auf dem Fleck Tja, wofür habe ich denn überhaupt meine, meine Teddybären Ja, ne Was, Teddybären? Ja, ich habe auch einen Teddybären Ja Wow Mein Schlong ist so long Dein Schuss Dein Schuss Diese Reime so, so abgöttisch gut einfach Mein Schlong ist so long Hörit, hörit, Kletteraffen Meitfassen nicht nur die mit schlafen Untenrum, ja ganz schön schlaff Präsentiert's Hardy, die Manneskraft Doch eingeölt bis zu den Backen Below Chris, nun wieder Nüsse Hör auf, Kreis nachzumachen Das macht man nicht Ich weiß, aber trotzdem, ich mag Ja, Kreis, also Kreis macht die besten Anmoderation ever Der kann das einfach